Der Narr liest Kettenreaktion von Ephraim Kishon Es war ein kühler Sonntagabend, als wir die Spiegels besuchten und uns zwei Stunden lang so tödlich langweilten wie nie zuvor. Ich sage das ungern, denn die Spiegels, besonders Aurel, sind nette Leute und liebenswürdige Gastgeber. Aber irgendwie ging uns der Gesprächsstoff aus, und um zehn Uhr abends konnten wir unsere Augen nur noch mit Hilfe von Daumen und Zeigefinger offenhalten. Um halb elf schliefen auch meine Finger ein, und es wurde mir unweigerlich klar, dass wir sofort aufbrechen müssten, weil ich sonst nicht mehr die Kraft hätte, die beste Ehefrau von allen zu wecken. Unter Mobilisierung aller noch vorhandenen Energie erhob ich mich und erklärte unseren Gastgebern, dass wir sie verlassen würden. »Nein, das dürfen Sie nicht!« Frau Spiegel fuhr aus ihrem Schlummer hoch. »Warum die Eile?« »Es tut mir leid,« stammelte ich. »Trotzdem, wir müssen jetzt unbedingt gehen, weil...« »Nun ja, ich habe eine wichtige geschäftliche Verabredung, es tut mir wirklich leid.« »Sei nicht ungemütlich,« sagte Aurel Spiegel. »Die Leute können warten.« Ich verlieh meiner Stimme einen Unterton von Trauer. »Ich würde ja selbst viel lieber hierbleiben, aber was hilft's? Und wenn wir uns nicht beeilen, versäumen wir noch den letzten Bus.« »Wohin wollt Ihr denn so spät?« »Nach Petr-Tikwa, siebzig Kilometer von hier.« »Dort habe ich nämlich meine Verabredung, leider.« »Na schön,« Aurel resignierte. »Dann bringe ich Euch also mit dem Wagen zur Haltestelle.« »Nein, nein, nein,« protestierte ich. »Bitte nicht, wir wollen Euch keine Mühe machen.« »Lächerlich,« sagte Aurel und hatte bereits den Mantel angezogen. Als wir an der Haltestelle aus seinem Wagen stiegen, bedankten wir uns sehr herzlich, warteten noch ein paar Sekunden und machten uns dann zu Fuß auf den Weg nach Hause. Wir hatten nicht mit Aurels goldenem Herzen gerechnet, schon stoppte er den Wagen und kam herangelaufen. »Wohin denn Ihr Kretens? Das ist ja gar nicht die Haltestelle für den Bus nach Petr-Tikwa.« Damit fasste er uns unter, der Gute, und führte uns zur richtigen Haltestelle, wo keine Menschenseele mehr zu sehen war. Aurel ließ sich die Mühe nicht nehmen und studierte sorgfältig den schlecht beleuchteten Fahrplan. Ein Seufzen entrang sich seiner Kehle. »Mein Gott! Der letzte Bus ist vor fünf Minuten abgefahren. Das ist ja schrecklich. Jetzt versäumt Ihr unsretwegen diese wichtige Verabredung.« »Macht nichts,« begütigte ich ihn. »So wichtig war sie gar nicht.« »Doch, doch! Sonst hättest Du ja nicht zum Aufbruch gedrängt. Weißt Du was? Ich fahr Euch mit meinem Wagen hin.« »Das erlaube ich nicht,« rief ich gepeinigt. »Auch Gastfreundschaft muss ihre Grenzen haben.« »Kein Wort weiter,« entschied Aurel. »Ich könnte heut Nacht nicht schlafen, wenn ich Euch jetzt nicht sofort nach Petach-Tiqua fahre.« Und so fuhren wir los. Während der ganzen eineinhalb Stunden knieten die beste Ehefrau von allen und ich im Fond, die Augen starr auf die langsam entschwindenden Lichter von Tel Aviv gerichtet, schwarze Verzweiflung im Herzen. Petach-Tiqua lag in lieblichem Mondschein, als wir ankamen. »Wohin genau?« fragte Aurel und unterdrückte ein Gähnen. Mein Hirn begann fieberhaft zu arbeiten. Die einzige Adresse, die ich in Petach-Tiqua kannte, war das Hotel Greenspan, und auch das nur, weil dort einmal einer meiner Gläubiger gewohnt hatte. Ich wandte mich an Aurel. »Bitte lasst uns beim Greenspan aussteigen.« Endlich waren wir aus dem Wagen draußen, bedankten uns nochmals für Aurels überwältigende Güte und betraten das Hotel. Ein missgelaunter Nachtpott hier empfing uns. »Nur einen kleinen Augenblick«, sagte ich, indem ich ihm zuzwinkerte, »wir gehen gleich wieder.« Während wir noch dastanden und auf das Geräusch des abfahrenden Autos warteten, begann mein Eheweib plötzlich zu wanken. »Er kommt zurück!« wimmerte sie. Da setzte sich auch schon die Drehtür in Bewegung. Aurel trat ein und erklärte, dass ihm ein wenig kühl sei, und verlangte eine Tasse Tee. Der Potty wurde noch um einige Grade missgelaunter. »Was ist hier los? Wen suchen Sie eigentlich?« »Wer, ich?« »Ja, Sie.« »Wenn Sie mich meinen.« »Ich habe hier eine Verabredung mit einem gewissen...« »Also, Gott, so gut. Den muss ich sofort sprechen.« »Wie heißt der?« »Was heißt das? Wie heißt der?« »Ach ja, richtig.« »Sie wollen seinen Namen wissen, Herr Schkowitz.« »Wenn ich nicht irre.« »Tatsächlich ist Herr Schkowitz schon angekommen?« »Jawohl«, antwortete der Potty. »Er ist hier?« »Bitte schauen Sie noch einmal nach«, sagte ich mit erhobener Stimme. »Er muss hier sein. Ich habe eine Verabredung mit ihm.« »Ich sage Ihnen ja, dass er hier ist. Auf Nummer 23.« »Das ist wieder einmal echt, Herr Schkowitz. Ich hätte geschworen, dass er nicht kommen würde.« »Aber er ist gekommen«, rührte der Potty. »Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass er hier ist?« »Wer hier ist?« »Herschkowitz. Auf Nummer 23.« »Ich werde ihn sofort rufen.« Und ehe ich es verhindern konnte, hatte er nach dem Telefon gegriffen. »Herr Herrschkowitz, entschuldigen Sie die Störung. Ich muss Sie leider wecken. Jemand ist hier, der Sie dringend sprechen möchte.« Er warnte sich an mich. »Herrschkowitz will wissen, um was es sich handelt.« »Ähm, eine persönliche Angelegenheit«, antwortete ich, streng vertraulich. Als Herrschkowitz die Stiege herunterkam, im Pyjama und mit halbgeschlossenen Augen, hatte ich das Gefühl, dass mein Kragen um zwei Nummern zu klein wäre. Auf der Stirn meiner Ehegattin sammelten sich mit unglaublicher Schnelligkeit zahllose kleine Schweißperlen. Wir schielten beide nach der Tür. Nur Aurel saß da und schlurfte behaglich seinen Tee. Herrschkowitz kam mit unheilvoller Miene auf uns zu. Plötzlich aber, wie durch einen Zauberschlag, heiterte sein Gesicht sich auf. »Hallo, alter Junge«, rief er strahlend zu Aurel hinüber. »Was machst du denn hier? Das ist aber eine frohe Überraschung.« Für die nächsten Minuten waren die beiden Freunde damit beschäftigt, sich gegenseitig auf den Rücken zu schlagen, während wir unseren glasigen Blick auf die Tür hefteten. Schließlich erfuhr Herrschkowitz von Aurel, dass eigentlich wir es waren, die mit ihm sprechen wollten. »Was wünschen Sie von mir?« fragte mich Herrschkowitz mit freundlichem Lächeln. »Ja.« »Das ist nicht so einfach. Rauchen Sie?« »Nein.« »Ich auch nicht. Früher habe ich Pfeife geraucht, aber mein Arzt...« »Was wünschen Sie von mir?« »Also, Herr Herrschkowitz, ich habe Interesse.« »Interesse an was?« »Sie wissen doch.« »An den Waschmaschinen?« »Natürlich«, jauchte sich auf. »An den Waschmaschinen.« »Dann kann ich Ihre Eile verstehen«, sagte Herrschkowitz. »Ich werde sofort noch...« »Neumann in Schadera anrufen.« »Bitte nicht jetzt«, sagte ich flehend. »Es ist schon spät. Wir können ja morgen mit Neumann sprechen.« »Sehen Sie verrückt?« »Morgen fliegt Neumann nach Mailand.« Und schon wählte er eine Nummer, entschuldigte sich bei dem offenbar wütenden Neumann, dass er ihn so spät im Schlaf störe. Aber der Mann aus Tel Aviv sei soeben angekommen, und vielleicht könnte man die Sache jetzt gleich unter Dach und Fach bringen.« Eine Minute später kam Herrschkowitz an unseren Tisch und teilte uns mit, dass wir sofort nach Schadera fahren müssten. Aurel würde sicherlich so freundlich sein, uns hinzubringen. Aurel brachte uns hin. Neumann, allem Anschein nach ein cholerisches Temperament, ging sofort in Medias Res und informierte mich, dass 30 Prozent der Aktien noch zu haben wären. »Kaufen Sie?« »Ja oder nein?« »Ich... kann ich mir das noch ein wenig überlegen?« »Wie Sie wünschen?« Neumann stand auf. »Nur, um ganz sicher zu gehen, wollen wir jetzt noch Weingartner aufsuchen.« »Kommen Sie.« »Ich brauche keinen Weingartner«, stieß ich heiser hervor. »Ich kaufe die Aktien.« Nachher hatte ich noch alle möglichen Papiere zu unterzeichnen, aber das spielte sich bereits in einem rosafarbenen Nebel ab. Als es vorbei war, rüttelte ich die beste Ehefrau von allen wieder ins Bewusstsein zurück, und beim Morgengrauen waren wir in Tel Aviv. Auf dem Weg zu meinem Büro kaufte ich eine Zeitung. Balkendicke Lettern auf der Titelseite verkündeten, dass die Neumann-Kishon Trust Company in Schadera die größte Waschmaschinenfabrik des Landes gegründet hatte. Die Gewerkschaft hatte 42 Prozent, ich selbst 30 Prozent. Die Fabrik, so hieß es, würde sofort die Produktion aufnehmen und den ganzen Mittleren Osten mit Waschmaschinen versorgen. Untertitelung des ZDF, 2020